Warum stehen Sie jetzt genau hier Patroule? Naja, der illegale Handel mit Rassehunden ist in Wien ein großes Problem. Jedoch machen wir schon Fortschritte. Get ready for H! Was? Füße? Das Schlappe? Ja, aber... Gold! Und im Gegensatz zu vielen Filmen ist das keine Requisite, sondern ein Echt. Schauen wir mal. Hier. Die würde zum Kaut. Na! Das ist kein Plärwitschprojekt.